Wie sind Sie denn überhaupt, oder wie seid ihr in die Politik gekommen eigentlich, dann auch zur Linken? Was ist so die Motivation, Parteiarbeit zu machen? Ich bin schon ganz lange parteipolitisch aktiv. Was mich bewegt, sind zwei Dinge. Einmal, ich brauche eine Partei, die eindeutig Anti-Kriegspartei ist. Und die Gerechtigkeitsfrage. Also ich finde es unerträglich, dass es Menschen gibt, die nicht das Lebensnotwendigste haben auf dieser Welt. Das geht nun über Deutschland hinaus. Das ist hier bei uns zum Glück in dieser krassen Form wie in anderen Kontinenten nicht der Fall. Aber es gibt ja auch Kinderarmut, das ist ja auch ein Thema in Deutschland, in Schleswig-Holstein ja auch ganz besonders. Genau. Also wir haben auch in Deutschland das Problem, dass wir sehr arme Menschen haben, in einem sehr reichen, einem der reichsten Länder. Auch das finde ich unerträglich. Und dagegen möchte ich auch was tun. Ja, ich bin in die Politik gegangen, damit ich im April in Langballigau Kanu fahren kann umsonst. Da muss ich aufpassen, dass wir nicht gegen mich stoßen. Warte mal, gib mal ein bisschen Stopp. Müssen wir den Kopf entziehen? Nein. Gib mal ein bisschen Stopp. Nein, also selbstverständlich, was du gerade gesagt hattest, zum Beispiel die Kinderarmut. Also wir waren vorgestern mit Dietmar Bartsch, der bei uns auch Wahlkampf gemacht hat und geholfen hat. Da waren wir zum Beispiel in Kilgarden. In Kilgarden, das ist so ein ehemaliger Arbeiterstadtteil, sehr großes, gibt es sehr viele soziale Probleme. 60 Prozent der Kinder in diesem Stadtteil leben in Hartz-IV-Haushalten. Also das zeigt einfach wirklich auch, wie krass das teilweise ist in Schleswig-Holstein auch die Armut und gerade die Kinderarmut. Und das ist richtig heftig und die Kinder haben keine Chance, wenn es zum Beispiel keine beitragsfreie Bildung gibt, wenn es keine beitragsfreie Kitas gibt, wenn die Bildungsschranken, die bisher existieren, nicht wirklich abgebaut werden. Eine beitragsfreie Kita finde ich super spannend, weil meine Tochter ist drei Jahre alt und die geht ja jetzt auch bald in den Kindergarten. Und Krippenkosten sind ja sowieso schon immens. Wie soll das denn finanziert werden? Also wenn ich mal sagen darf, weil ich war ja finanzpolitischer Sprecher im Landtag. Also generell ist die Situation ja des Landeshaushalts sehr komfortabel. Also wir haben gegenüber 2010, um das mal zu sagen, das sind jetzt sieben Jahre her, fast drei Milliarden mehr Steuereinnahmen und viel weniger Zinsausgaben, weil eben die Zinsen sehr stark gesunken sind. Und im letzten Jahr, 2016, hat das Land abgeschlossen mit 565 Millionen plus. Das war ja gar nicht geplant, das hat sich so ergeben. Und zum Beispiel, um die Beitragsfreiheit für Kita und Krippe zu realisieren, braucht es im Jahr 150 Millionen Euro. Also das heißt, es geht, wenn der politische Wille da ist. Und da ist es auch nicht die SPD, so würde ich das zumindest einschätzen, das ist nicht die SPD, die sozusagen da der Hemmschuh ist, sondern da sind die Grünen. Das ist unsere Sparkommissarin Monika Heinold, die sagt, Beitragsfreiheit kommt gar nicht in die Tüte, leider. Und ich glaube, wenn wir dabei sind, dann wird sich da was ändern. Also ich glaube, die aktuelle Funkenfrage, das macht 4 Prozent. Was versucht ihr jetzt zu unternehmen, dieses eine Prozent noch zu mobilisieren, sag ich mal? Wir wollen Wahlkampf machen, also oder wir machen Wahlkampf. Das heißt also, wir versuchen diesen Nachteil, dass wir ja keine Landtagspartei sind und dadurch natürlich auch in den Jahren, in den vergangenen Jahren wenig in der Presse, wenig in den Medien waren. Das versuchen wir jetzt natürlich durch den Wahlkampf etwas auszugleichen. Und das Ergebnis ist ja noch von vor der hauptsächlichen Wahlkampfzeit. Ich glaube, die Befragung ist am 13. März abgeschlossen gewesen, sodass wir jetzt nicht sagen können, ob unser bisheriger Wahlkampf da schon einen Effekt gehabt hätte, aber wir denken, dass das schon noch wirken wird. Ja, und außerdem ist es so, dass die Wählerinnen und Wähler heutzutage also sehr, sehr sensibel reagieren auf die Irrungen und Wirrungen der Politik. Und heute sagen sie, wir wählen diese Partei, morgen sagen sie, wir wählen die andere Partei. Also ich glaube, die werden schon eine weise Entscheidung treffen, die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein, und da sind wir guten Mutes. Ja, Politikverdrossenheit ist ja sowieso ein Thema. Ich glaube, letzte Wahl, das waren so knapp 60 Prozent, die gewählt haben. Und man hört ja auch immer wieder so, die da oben machen sich die Taschen voll und wir müssen jeden Euro umdrehen. Was sind so die Ziele der Linken da, politische Teilhabe sozusagen zu gewähren und die Schere zwischen Arm und Reich einfach vielleicht wieder ein bisschen zu schließen, ein Stück weit? Also zu den Politikerinnen. Wir sind schon der Meinung, dass alle Politikerinnen und Politiker, die ein Mandat haben, ihre Bezüge offenlegen sollten. Also sowohl ihre Abgeordnetenbezüge, aber natürlich auch, wenn sie weitere Einkommen haben, dass sie das bekannt machen sollten, offenlegen sollten. Also sprich, ob sie Lobbyarbeit betreiben. Zum Beispiel, ob sie noch aus anderen Quellen Geld bekommen und das sollte nicht geheim sein, sondern ganz offen sein. Dann ist es sicherlich möglich, auch für bestimmte Projekte noch mehr auf die Bürgerinnen und Bürger zu hören in Bürgerbefragungen, Bürgerdiskussionen. Man hat das jetzt gesehen am Forschungsreaktor Gestacht, dass es möglich ist, über Jahre eine auch aus der Bevölkerung kommende Gruppe von Menschen dabei zu halten, auch in sehr fachlichen Diskussionen über so etwas zu diskutieren, wie den Abbau eines Reaktors. Das ist schon gut. Alles gut. So was kann gehen und ist möglich und das sollte dann auch bei wichtigen Fragen durchgehalten werden. Ja, aber grundsätzlich ist das das Problem, womit die Regierung schon Schwierigkeiten hat. Die sind jetzt fünf Jahre am Ruder und für die Menschen hat sich wenig verändert, zum Guten. Und ich glaube schon, dass deswegen gibt es schon einen Frust bei vielen, die sagen, hey, kann es das gewesen sein? Brauchen wir nicht eine viel mutigere Politik, die soziale Gerechtigkeit also wirklich realisiert? Und insofern glaube ich, dass wir eine wichtige Aufgabe haben, eben tatsächlich den Menschen zu sagen, hey, es gibt Alternativen. Wir setzen uns dafür ein und es lohnt sich zur Wahl zu gehen. Aber wieso? Die Regierung Albig, die lobt sich doch, dass... Ja, selbstverständlich. ...versprechen alle erfüllt hat. Ja, nicht so ganz. Also, da kommen wir zu dem Thema Kinder zurück. Es war ja mal das Versprechen, wenigstens ein beitragsfreies Kita-Jahr. Das blieb ein Versprechen. Dann haben sie jetzt diesen 100 Euro Zuschuss für die Krippe, für die unter Dreijährigen gewährt. Die Folge war, dass ganz viele Krippen um Pi mal Daumen 100 Euro ihre Kosten pro Kind, die sie auf die Eltern abwälzen, erhöht haben. Das heißt also, das Ganze ist im Grunde genommen ein Schuss in den Ofen und bringt den Eltern keinerlei Entlastung. Und das gibt auch viele andere Bereiche. Also, wo sie einfach nicht mal die Kürzungen vollständig zurückgenommen haben, die CDU und FDP gemacht haben. Zum Beispiel bei den Blinden. Die hatten vor den Kürzungen von Schwarz-Gelb, hatten die einen Nachteilsausgleich von 400 Euro pro Monat. Jetzt haben sie nur noch 300. Ich meine, die Schwarz-Gelben, die Rekorvention hatte das ganz auf Null gesetzt. Und jetzt eben haben sie wieder erst angehoben, aber eben nur auf 300 Euro. Das Gleiche ist bei den Frauenhäusern zum Beispiel. Die haben immer noch nicht so viel Geld, wie sie 2011 hatten. Da wurde einiges getan von der Landesregierung, aber viele, viele Menschen haben sich viel mehr versprochen. Und es wäre auch viel mehr möglich gewesen, wenn man ein bisschen mutiger das Ruder rumreißt. Und das hat leider die Landesregierung nicht gemacht. Und ich bleibe dabei, der größte Hemmschuh dabei waren die Grünen. Wir sind vorhin, als wir nach Langballich auch reingefahren sind, an einem CDU-Wahlplakat vorbeigefahren. Da stand drauf, Wirtschaft kann man nicht mit links. Und das klingt ein bisschen wie eine Anspielung. Und es gibt oftmals auch, was ich so mitkriege, ja die Linken haben ja gute Ideen, aber wie soll das alles finanziert werden? Vielleicht können wir da noch zwei, drei Sätze zuhören, wie sich die Linke die Wirtschaftspolitik vorstellt. Ja, also das Finanzieren, wie gesagt, vieles geht eben nur über Berlin, weil es das ungerechte Steuersystem betrifft, das wir hier haben. Dann wären sehr viel mehr öffentliche Aufgaben möglich und realisierbar. Jetzt wird es hier hart. Jetzt wird es dann hart hier. Ja, warte mal. Aber ich könnte gerne noch was dazu sagen wollen, wenn ich denn darf. Warte mal, lass mal. Ja. Lass mal. Weil ich muss hier ja auch mich ein bisschen aufs Rudern, aufs Padden konzieren. Dass wir nicht vom linken Kurs abkommen hier. Oder vom richtigen. Der Wind weht, in meiner Sicht. Ja, der Wind. Das ist ein bisschen Gegenwind, den wir haben. Aber eigentlich haben wir den im Wahlkampf nicht, wenn ich mir das so angucke, also wie die Zustimmung ist. Aber die Umfragen zeigen das noch nicht. Also wie dem auch sagt Wirtschaft kann man nicht mit links. Also da muss ich mal erst mal sagen, also zum Beispiel bei der HSV Nordbank, das ist ja das größte Problem, wenn das Land finanzpolitisch zu tun hat. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da im Aufsichtsrat oder im Vorstand der HSV Nordbank irgendwo linke Positionen sind. Sondern das sind immer wirtschaftsliberale Positionen, neoliberale Positionen. Es geht um Deregulierung und es geht um den größtmöglichen Profit. Und das Ergebnis ist, dass das Land, wenn es echt schlecht läuft, 11 Milliarden zusätzliche Schulden hat. Und bei den 27, 28 Milliarden, die wir jetzt haben, das ist richtiger Hammer. Und dann zu sagen, Wirtschaft kann man nicht mit links. Also das finde ich schon ein bisschen hart. Also insofern ist das selbstverständlich Wahlkampfgetöse. Und gerade wenn man sich anguckt, was das bedeutet, was die CDU dann auch fordert, ist ja das, was es teilweise schon gibt. Wir haben vorhin geredet über den Niedriglohnbereich, über atypische Beschäftigungsverhältnisse. Schließlich Holstein ist das Land mit den niedrigsten Löhnen. Schließlich Holstein ist das Land mit den meisten atypischen Beschäftigungen. Mit Teilzeitarbeit, mit Werkverträgen, mit Leiharbeit. Und wenn das die Zukunft sein soll von Schleswig-Holstein, na gut, das geht vielleicht wirklich nur mit der CDU. Aber das ist nicht so das, was ich mir vorstelle unter einer vernünftigen Wirtschaftspolitik, die selbstverständlich zum Wohle der Menschen da ist und zu nichts anderen. Ich könnte noch ein bisschen was zur Infrastruktur fragen, weil mich, das können wir auch hier machen, weil mich interessiert ja letztendlich, ich habe im Wahlprogramm gelesen, die A20 soll nicht weitergebaut werden, sobald sie an die A7 angeschlossen ist. Und die A21 nicht weiter nach Süden, wie kommt man aus Schleswig-Holstein denn noch weg, wenn man mit dem Auto fahren möchte und nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr? Der soll ja möglichst subventioniert werden, aber ich habe da schon so ein bisschen Angst gekriegt, wenn ich an diese Baustellen bis 2022 denke und es keine Alternative an absehbarer Zukunft gibt, nach Süden zu kommen. Außer den Elbtunnel und die Elbbrücken. Ja, das Problem ist, auf der anderen Seite, wer Autobahn baut, schafft Verkehr. Und das ist die Erfahrung, das besagt jede Studie über Autobahnbau. Wenn ich eine Autobahn baue, dann fahren auch mehr Autos als vorher. Und wir sehen schon eine Alternative auch darin, zum Beispiel den Bereich Tourismus auf autofreien Tourismus auch umzustellen. Mit Unterstützung natürlich durch den öffentlichen Nahverkehr, dass die Tourismusorte entsprechend angebunden werden. Das ist wirklich der größte Skandal, finde ich, dass ohne Auto einfach nichts geht auf dem Land. Ja und mit Fahrrad teilweise auch nicht. Ich habe häufig das Problem, entweder ist kein Fahrradweg da oder die sind in so schlechtem Zustand, dass man da nicht fahren kann. Also die Radwege, wir hätten ja gerne ein Radwegenetz, das sowohl Schnellstrecken als auch wirklich ein flächendeckendes Netz abdecken würde. Das muss in der Zukunft schon gemacht werden, nicht nur für Touristen, auch für die Einheimischen, dass möglichst viele Autos weg von der Straße kommen. Das schwierige Problem ist tatsächlich, dass die großen Stellschrauben werden in Berlin gedreht. Ja, na klar. Also tatsächlich, wie viele dazu kommst, dass hier auch mal wieder vernünftige Löhne gezahlt werden. Wir haben von 1999 bis heute, haben wir eigentlich keinen Anstieg des Lohnniveaus in Deutschland. Wir sind Exportweltmeister, aber da tut sich einfach nichts auf der Ebene und das ist natürlich die große Schraube. Und was wir auf der Landesebene nur machen können, ist versuchen, die schwierigsten Verwerfungen irgendwie aufzufangen. Also zum Beispiel über eine Kita-Befreiung, zum Beispiel über eine vernünftige Wohnungsbaupolitik, dass die Leute auch eine billige Wohnung kriegen. Das kann gesteuert werden vom Land, also sozusagen die großen Verwerfungen ein bisschen abzumildern. Also ist die Linke schon so ein bisschen eine Robin Hood-Partei? Nimmst den Reichen, nimmst den Arm. Du, ich habe nichts gegen Robin Hood, habe ich gerne gesehen früher und war richtig cool. Also wir haben andere Methoden, wir würden nicht mit Fall und Bogen agieren, sondern mit Steuerbeamtinnen und mit Steuernbeamten. Aber ich glaube schon und auch dieser Mythos Robin Hood, also das ist ja durchaus ein positiver Mythos, also vom Sheriff von Nottingham abgesehen, der sieht das anders vielleicht. Aber das hat ja seinen Grund. Das hat seinen Grund darin, dass die Menschen auch für soziale Gerechtigkeit sind. Dass sie sozusagen dagegen sind, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und insofern, also in diesem Sinne, bin ich gerne Robin Hood. Also wobei ich garantiert nicht so viel Power hätte im Wald wie er damals. Ja, genau. Okay, Behördengänge per Smartphone, Ölbohrung in der Nordsee, bedingungsloses Grundeinkommen, Grenzkontrollen, mehr Videoüberwachung, Fracking, Westküstenautobahn, Fahrverbote für Dieselautos, Ausbau der Windkraft, Fehmarn-Beltquerung, Platz 16 für den HSV, ein Veggie-Day in öffentlichen Kantinen, Schuldenbremse, Ausbau und Sanierung des Radwegennetzes, mehr Kreuzfahrtschiffe auf der Kieler Förde, zweisprachige Verkehrsschilder, Gentechnik in der Lebensmittelerzeugung, transparente Politik und Volksentscheide. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.